Das war das krasseste Switch-Sports-Battle der Welt mit den krassesten Streamern in einem Video. Ich muss auch sagen, Fußball hat mich so vom Hocker gehauen. Ich muss natürlich sagen, ich bin nicht gut im Balancen von Teams, aber Fußball war genial. Seht ihr das gerade, wie ich die Teams erstelle? Nein, du kannst also wie immer betrügen. Leute, ich würde euch einmal die Teams pitchen. Ich bin heute mal nett, ja? Okay, pitch. Also, Team 1, Tim Horus, Dalukat, Crunchy Mango. Team 2, Maluna, Vlesk, Baso, Bart. Nein! Entschuldige mal, Maluna. Was soll ich ändern? Maluna, erklär bitte, warum das Team jetzt gegen die Teams ist. Dalo und Mango kommen nicht in ein Team. Ich habe nicht einmal Bowling gewonnen. Es ist egal, du bist Dalukat. Tim Horus entscheidet jetzt, mach. Deswegen pitchen wir nicht, Tim Horus. Hoffentlich nicht mit Baso. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nur gesagt, Tim, du hättest es halt anders machen können. Du hättest halt Team Pärchen machen können oder sowas. Es ist okay, das ist gut jetzt so, wie es ist. Wenn du Linda getauscht hättest mit Mango, dann werden sie mich blessen. Okay, nächstes Mal. Nächste Runde, nächste Runde. Können wir immer noch machen. Oh, ich bin Team Link, ja! Wer ist da gerade so gesprungen? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Ich kann sie auf den Boden werfen. Oh, indem man so rumschritt. Okay, super. Ah, das ist immer wie... Hä? Wie haben wir das nicht gemacht? Tja. Wie geht das? Hä, was muss ich machen? Du kannst nur noch... Ach, wie cool! Wie habt ihr den Spielen gemacht? Oh, das ist so cool! Das ist einfach Rocket League. Das ist so cool! Das ist wirklich Rocket League. Das ist so cool! Spiel zu mir, Spiel zu mir! Renn, renn! Wir brauchen ein Tor! Einer muss ein Tor spielen! Aber wie schießt man? Du musst deinen Controller einfach so nach oben klicken. Aber kann man springen, ja? Aber wie macht ihr den Sprechen nach vorne? Wie macht ihr das? Der Ball-Controller. Der Ball-Controller drehen einfach! Dalu! Dalu! Hammer-mäßig, let's go! Dalu hat ein Eigentor gemacht. Dalu, was ist los? Ja, der Ball wäre auch so reing. Dalu hat ein Eigentor gemacht! Nein, das war mal Luna! Nein, da stand Eigentor gerade! Da stand Eigentor! Sorry, Luna! Let's go! Geh nach vorne! Ah, schaiße! Qualifiziert für die Superliga! Oh, man kann springen! Ja, warte, warte ab, hab dich! Hier, Spiel zu mir! Hier, ich bin frei! Ich bin frei! Ihr könnt einfach so eine richtige Kampf-Kombo machen. Ihr müsst einfach richtig auf den Controller flicken. Gotta go fast! Ja! Oh, ist das cool! Ich liebe das komplett! Aus dem Teil! Schön! Schön! Ja, der kommt! Der kommt! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Habt ihr das gesehen? Oh, Mann! Ich hab das gesehen, das war recht gut. Sitzt ihr oder steht ihr? Ich sitze, hallo? Wozu soll ich jetzt stehen? Wer von euch steht? Wer von euch steht? Oh, Mann! Der goldene Ball zählt doppelt! Jawoll! Jetzt können wir doch noch gewinnen! Komm! Oh, Mann! Kann sich auch einfach so auf den Boden werfen! Ja, schön! Mango immer nach vorn, okay? Ja, immer nach vorn! Ich bin hinten! Ich bin hinten! Wir können auch passen irgendwie, ne? Dalu, wo stehst du? Ja, mit ZR! Ich bin auf der linken Seite! Okay! Ich mach hinten! Ich mach die Defense! Gut, gut! Weg mit dem Ding! Weg mit dem Ding! Ich hab den! Oh mein Gott! Basisgefährlicher Verteidiger! Oh! Oh! Oh, Mann! Schön! Stark! Mann kann ja springen! Stark! Ich bin direkt weiter! Schön! Das ist einfach Flugkopfball! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Mann kann nicht springen! Mann kann springen mit B! Aber was springt denn? Ich freu mich schon so sehr drauf, wenn endlich das im E-Sport eingekommen ist! Ja, das sieht so cool! Ich werd Pro! Junge, ich glaub man soll das mit Autos machen oder? Mann, mach nach vorne! Hier! Ich bin frei! Ich bin frei! Boah! Auf A! Auf A kann man sagen hier! Drück mal A! 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 Ja, komm, spiel nach vorn! Crunchy, schieß! Schieß doch! Schieß doch! Das Tor ist frei! Schieß doch! Tor ist frei! Nach vorne jetzt! Ja, da! Geh schön in die Mitte! Schieß, Maru! Schieß! Da muss einer stehen da vorne! Da muss einer stehen! Immer da vorne! Ja, in die Mitte! Da, Lu! Schieß, Marluna! Spiel! Spiel nach innen! Spiel, Spiel, Spiel! Ich bin noch rein! Geh fertig! Geh los! Keine Ausdauer! Das ist geil! Das ist geil! Die Controller bewegen! Was? Die Controller bewegen! Ja! Ach so! Schütteln! Schütteln einfach! Ja! Schütteln? Ah, ok! Du kannst einfach so nach oben! Ja, du steh auf frei! Sonst! Okay, okay! Kopfball! Oh nein! Ja! Weg damit! Nach hinten! Ich spiel die Fans! Ich hab zu Mango gespielt über die Bande! Du hast die Bande gut genutzt! Ja, ja, zu Mango! Ich wusste, dass Mango da steht! Ha! Blutkrieg! Töten! 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 Das ist zu hoch! Unentschieden! Wir müssen unentschieden machen! Fluchkopfball! Kann ich nicht so... Gretchen weg! Nee! It's too friendly, das Game! Gretchen weg! Gretchen weg! Verlängelung! Nein! Oh! Scheiße! Rein ins gegnerische Feld! Oh, Scheiße! Maluna, nicht sprinten! Das ist verboten im Fußball! Okay, stehen bleiben bis auf! Ausdauer regenerieren! Oh, geil! Ausdauer, bitte nicht! Ja! Oh, stark, Männer! Maluna, geh weg! Maluna, geh weg, Alter! Geh weg, Maluna! Oh! 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 Oh mein! Oh! Oh! Das Runde muss jetzt eckiger! Spielende! Das war abseits! Ich hab das gesehen! Abseits! Das war abseits! Du hast hinter der Linie gepasst! Das ist nicht regelkonform! Tor! Rematch jetzt! Ich will noch mal... Ja! Du hast selber die jetzt gemacht, Tim! Beschwer dich nicht! Noch mal Rematch! Ach, Mann, ey! Ja, das war scheiße! Ich bin halt nicht da! 4 gegen 4! So, Maluna! Und Crunchy! Nevermind! Nee, nee, wir waren Rematchy! Fußball! Gute Idee, by the way! Fußball ist richtig... Das ist richtig geil! Fußball macht ja noch mehr Spaß als Falling! Das ist richtig cool! Man kann von oben und von unten, ne? Zwei unterschiedliche Schüsse! So? Auf der Seite! Und runter! Seite! Links rechts! Oh ja! Super cool! Oh, Fallrückzieher! Also, man kann so zack zur Seite! Wie geht Fallrückzieher? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe! Du musst springen und nach hinten springen dann! Bei Fallrückzieher! Ah! Oh, Scheiße! Also, du musst dir diesen... Die macht dir diesen Hechtsprung! Schütteln einfach! Mach dir denn nach vorne! Beide gleichzeitig! Ich gewinn das hier! Oh nein! Ich hab daneben geschossen! Oh, einer muss hinten stehen! Mango! Mango! Der muss durch! Ja, fuck! Ja, Mann! Da muss einer hinten stehen, Mann! Ich hätte den ja rausgespielt, wenn Mango nicht das passt hätte! Mango, was machst'n du da? Danke! Was? Mango, das war doch klar, dass das passiert! Ich kann nicht mehr Mango, ey! Ich kann nicht mehr Mango, ey! Da konntet ihr nix machen! Ich will den Zähnen! Leid! Leid! Oh! Ich kann nicht mehr das geilste Spiel! Wir machen sowas von noch ein Fußballturnier, ey! Ich hab so Bock! Oh! Hopla! Aber erst, wenn... wenn Dingens rein so dabei ist! Wir machen dann so... Vier Teams laden wir ein, oder so! Ich hätte keine neue Reaktion! Ja, damit man so wirklich schießen kann! Ja, ja! Ey, ich seh auch komplett Twitch-Rivals-Switch-Vort, ne? Ja, will ich machen! Schönen Mann, komm! Oh nein, ich hab mich getroffen! Ich liebe das! Ich liebe das! Jetzt zählst! Party! Ja, geil! Ich geh, ich geh linke Flanke! Ich hab in die Mitte gespielt! Ja, Mitte sind nur Gegner, wir brauchen den mal links! Okay, Crunchy! Crunchy, jetzt mach doch mal! Crunchy, ich gritsch dich weg! Da, 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 da! Das war meine Vorlage! Das war meine Vorlage! Habt ihr das gesehen? Das war meine Vorlage! Das war deine Vorlage! Danke, danke! Boah, Juni, Juni! Hallo, es liegt sich einfach so links! Juni, 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 Juni! Scheiße! Das sieht so lustig aus wie die rennen, ne? Hier, hier! Deiner, Tim, das ist deine! Okay! Ja, den nehm ich an, okay? Hm, ich erst mal Nudeln! Oh, scheiße! Ich hab das eigentlich gespielt, erst mal ins Freie! Ja, 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 seh ich, seh ich! In's Freie, in's Freie! Ich mach Verteidiger! Ich spiel Bande! Er hat's verkackt, er hat's verkackt! Hammermäßig! Was ist das denn, Tim? Was ist das denn, Tim? Guck mal, wie der Ball nach hinten geht! Mango! Mango, nimm! Oh nein! Mango, der muss irgendwie ein Bad vorbei! Spiel rüber, Mango! Du musst in die richtige Richtung machen! Nicht in die Gute! Drunchy, wo rennst du hinter dir? Maluna, der kriegt's! Maluna! 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 Oh, Zweikampf gegen Maluna! Zweikampf gegen Maluna! Nein, nein! Ich bleib hinten, ich bleib hinten! Er muss raus! Mango! Outplayed, Outplayed! Oh nein, Chris! Meiner, meiner? Ich hab's gut aus! Ja, krieg ich auch! Linke Flanke, linke Seite! Ja! Komm, Delo, schön! Schön davon! Da vorne muss einer stehen, Leute! Da muss immer einer vorne und einer hinten stehen! Weg damit! Oh, 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 oh! Daru stell dich vorne hin! Daru stell dich vorne hin! Eieieiei! Ich schieß, ich schieß! Komm, komm, komm! Sehr gut! Mann, ihr müsst euch verteilen! Verteilen! Maluna ist unsere Stürmerin! Guckt euch an! Einfach Naruto-Ratten! Schönes Ding, Mango! Da muss rein jetzt hier! Komm! Scheiße! Sprinte! Mango! Von links nach rechts! Und jetzt! Oh! Einmal rauf! Direkt geht's aufs Oberes! Let's go! Nice! Nice! Aber ist goldener Ball jetzt, alles gut! Goldener Ball! Ich hatte so groß... Irgendwie so'n, äh, so'n Stream, so'n großen Stream zu machen, wo man sich so'n Fußballfeld mietet und einfach Fußball spielt. Ja, aber... Das wär geil! Bin ich dabei! Bin ich dabei! Bin ich dabei! Großer Aufwand, Alter! Ja! Also... Lottweck hatte noch mal so'n, äh... Was war das noch mal? Hammermäßig grad! Schöne! Der hat bestimmt auch 20... Der hat bestimmt auch, äh, ordentlich, ne? Der hat bestimmt auch 20... Der hat 10.000 in die Hand genommen. Ach so, okay. Wenn wir alle zusammenlegen? Und das dann auch arschsteuerlich absetzen? Ich verkauf eine Villa und dann... Okay, vergiss das mal Villa, allo! Ja, mach auf eine von den Villen! Ich verkauf eine Villa und dann machen wir das! Nee, aber ich meine... ... Konten! Spiel, Dalu! Du bist so, komm her! Weg damit! Dalu, bitte! Dalu, 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 Dalu! Es tickt runter, wir müssen nur noch halten! Heckspring only, Heckspring only! Oh, Hammer! Das ist die falsche Richtung! Ja! Nein! 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 Also da hätte Nachspielzeit... Hä? Da hätte Nachspielzeit... Wuhuuu! Das ist... Ich will nicht, ich... Das macht mehr Spaß als Bowling. Das ist cool. Dafür steh ich mit meinen pinken Haaren. Wirklich Spaß gebraucht. Ganz ehrlich, das war richtig scheiße. Die Teams waren richtig unbalanced. Wir können hier so durchmischen! Wirklich! Die Teams waren null balanced gerade! Was? Das war Spaß! Das war Spaß! Das war Spaß! Ja, ja! Wir machen halt... Top-Stümmer Baso! Und... Da ist es... Okay! Ich war in der Autorun Malona! Hallo? Ja, ich war auch... Ja, das ist mein Geheimnis der Alkander besonders! Das ist natürlich... Ich steh nur rum die ganze Zeit! Warte mal! Also du musst den Controller nur einmal um 360 Grad flippen! Aber... Trimings war es in der Halle, stimmt! Es gab bei der Spielsauce, oder was? Bei der Spielsauce! Ja! Ja, stimmt, ja! Hm... Wie mach ich die Teams? Ich hab Lust auf Fußball! Ja, ich mach... Aber ich bin nur Vorwart! Ich fände da nicht! Ich fände da nicht! Ich fände da nicht! Ja, Faust und dich, Tim! Und mich und Crunchy oder so! Warte mal, was? Ich bin nutzlos! Na ja, wir... 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 Ja, Crunchy oder ein Team braucht dich halt! Na gut! Aber auch ein Los! So... Das Maß ist los, es ist immer noch ein Los! Warte mal! Als Tipp war da wirklich auch nichts gemacht, außer das letzte Tor! Ich schon nur rumliegen! Jalu muss weg! Nee, Jalu nehme ich persönlich! So... Ich werde jetzt ausgetauscht! Coach! Goat! 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 Das ist mein Trainer, wenn wir auswechseln! Coach! Bootsch! Ich hab nicht gewonnen! Welches Team bin ich jetzt? Ich hab nicht gewonnen! Ich hab jetzt nicht auf die Bank schicken! Ich hab eigentlich ne Tore geschossen! Das stimmt! Und du standest auch immer schön vorne! Du warst immer in einer guten Pussy! Ihr könnt in der Luft drei Mal schießen! Dann fliegt mir immer ein Stück höher! So, wenn ihr weiter oben wollt! Was?! Ja! Du kannst dann nur drei Mal schießen! Einfach Anime! Okay! Oh, ich bin blau! Mangom, Dalu, Crunchy! Was für eure Lieblingsposition? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Links verteidige. Wow, links. Gut verteilen und Angriff. Frag dich nur mal, wenn wir uns sehen. Gut, perfekt. Warte mal. Springen und dann kann man... Man kann ja nicht dreimal, Chris. Doch, kann man. Du musst einfach dreimal hintereinander so schnell. Aber das bringt dir ja gar nichts, das ist der Gott. Schön. Okay, haben wir eine in der Defense? Nee. Steht einer im Tor? Ich steh. Ich kann ins Tor gehen, ich geh ins Tor. Ja. Okay, okay. Deiner? Ich denke, ihr müsst ihr früh genug anschieben. Du musst sie aber dann gut halten. Schön. Also, ihr müsst schön hier sagen. Hier, hier, hier. Ich drück das aus Versehen. Weil ich will immer springen und dann drück das aus Versehen. Weile, Weile. Schön. Okay, Crunchy ist wieder hier. Du hast dein Bildschirm geschlagen? Hast du dein Bildschirm geschlagen? Ja. Wer vorne? Wer vorne? Wer deiner? Amd muss den 9 senden. Oh nein. Geht's? Hab ich? Dalu outplay ich jetzt. Zeig mal. Zeig mal. Sehr schöner Schuss. Chris, für dich, für dich. Oh, er muss. Oh, er muss raus. Schön. Da geht er durch. Oh, der stürmt da richtig rein. Chris, gegen die Bande. Gegen die Bande nochmal. Hab ich. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich geh ins Tor. Tim Horus. Ah, Tim Horus. Oh, geh. Lauf, 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 lauf. Du geh ins Tor. Ich bleib hinten. Ich bleib immer hinten. Maluna. Kammermäßig. Du machst das da, du Alperli. Ich geh auf die rechte Seite. Ja, ja, ja. Tim, passt gut. Ich würde dich nie auswechseln. Komm, bless, bless. Deiner, deiner. Ja, nee, Linda hatte. Super, Linda. Stark, Linda. Ich mach dein Body blocken. Echt? Linda, gut. Gut in die Mitte. Oh, deine. Oh, Linda, ich bin richtig stolz. Du machst das richtig gut, Linda. Oh, doch. Linda ist so krass, ey. Oh, Mann, ey. Linda, du bist so krass, wirklich. Habt ihr das gesehen, wie Linda gerade so bei Animation auf dem Boden so? Ich hab so viel mehr Spaß am Fußball. Ist ja ne Hammer. Das ist so super. Das hab ich gar nicht gedacht. Ich dachte wirklich, ich spiel zu da, du. Na gut, der Pass war auch ironisch. Ich liebe es. Ich hab auch gedacht. What a safe. Okay, pass auf, wir spielen über Abseits. Abseits ist hier nicht an. Oh, ich hab vergessen, geschnackt. Hey, Abseits ist hier nicht an. Wir können Abseits spielen. Ich bin dumm. Crunchy. Wie schön. Ah, geile Meile. So muss das sein. Schön war so. Guter Zeit. Da hab ich mich immer durchgesetzt. Hey, Junge. Junge, was? Ich bin kein Torwart. Ich bin Stürmer. Oh nein. Kommst du da dran oder nicht? Komm ich. Gib mir den Ball in die Hand. Oh Mann, gut. Oh Mann, created an pet. Ne, tut mir mal am Rad. Nein. Der geht zu dir. Oh, der geht zu mir. Oh, ich hab nicht aus profes. Nicht wegen der ganz normal gehen. Nach hinten kurz. dangerous. Das ist Dino. Ja. Chris, du musst rennen die cosas. Die ist hier drin, der ne ist hier drin. Nach rechts kicken, nach links, nach links. Ist nur mal Luna. Ach so! Jaaa! Was heißt hier eigentlich, ist nur mal Luna? Nein, nur am Trick und Ziegen. Nur mal Luna, weil du alleine bist. Ach, mal Luna. Das ist einfach Papi, Papi. Na, na, na. Ja, ich hab irgendwie an den falschen Leuten gepasst. Das ist Katastrophe gerade. Team, wir müssen uns zurückkämpfen. Das sieht einfach aus wie so ein Side-Game, so wie ich kicke. Wir kommen übers Late-Game. Crazy. Oh Gott! Oh, Alter, Bart! Ich hab mich gesetzt. Oh, shit, ist schon eins. Okay, mal Luna, komm. Mal Luna, you got this. Hab ich. Bart hat voll daneben gehauen. Ich hab Fallrückzieher doch nicht mehr hinbekommen. Leute, mit der rechten Schultertaste passen. Cool. Oh, wir haben keinen Torwart. Renn, 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 renn. Ja, nee, da. Da komm ich nicht. Hab ich. Ja. Mal Luna, Mal Luna, Mal Luna. Ja? Ja? Na, aus der Romme, ja. Ja. Ihr könnt auch E-Mails schreiben. Ist auch sehr witzig. Blast, ja. Blast, sehr geil. Nein. Schön. Ja, dass du den in den reinkriegst. Planke jetzt. Perfekt. Nein. Oh, no. Weg damit. Schön, Chris. Immer weiter weg. Einer, Mango. Der Ball muss weg. Schön, Baso. Baso spielt da vorne. Baso macht ein Leger in der Rest. Oh, ah, scheiße. Mal Luna, Mal Luna. Schön. Guter Versuch. Gut gehalten. Die Fische. Die Lechse. Mal Luna? Ja, gut. Zum Leichen und Sterben. Dann ziehen die Leichen noch mal den Fluss hinauf. So, das sei wie es ist. Stark. Nein. Ja, jetzt komm, den macht nicht. Ich fühl's. Hau weg, die Scheiße. Hau weg, die Scheiße. Hau weg, die Scheiße. Hau weg, die Scheiße. Komm alle nicht rein. Mach, 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 mach. Oh, nein. Oh, die war so hoch. Nein. Die sind ja alle rum. Ja. Nein. Ich hab Ausdauer voll. Das ist ja gar nicht. Komm nicht so hoch. Rande, Berndu, rande. Rande. Ist okay. Oh, schön. Scheiße. Ich hab keine Ausdauer. Oh, nein. Weg, weg, weg. Weg damit. Da ist er. Weg damit, weg damit. Weg damit. Weg damit. Ja, hammer mich. Jetzt nach vorne rennen. Stream-Formation nach vorne. Ach, scheiße. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Komm doch nicht durch. Komm nach hinten. Da, du Ausdauer. Ja, Ausdauer. Hau weg Maluna. 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 Tauschen. Ja, tauschen. Los nach vorne. Scheiße, ey. Die machen zu viel Druck gerade. Die machen zu viel Druck. Oh, scheiße. Ja, ja, ja. Schön nach vorne. Da ist frei da vorne. Okay, okay. Schön nach oben. Oh, das sind Bettel hier gerade. Wirklich. Das ist Giganten hier. Die Giganten gegeneinander. Ja. Ja. Also Vollgas. Mein Joystick ist leer. Sehr gut, sehr gut. Das müssen wir ausnutzen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich hab meinen Finger. Oh, ich weiß, wie der Fallrückzieher geht. Ich hab meinen Finger. Ich hab meinen Finger. Erklär mal, wie geht der? Oh Gott. Wenn du ihn in der Luft einmal nach unten und dann direkt nach oben machst, dann ist der Zweite der Fallrückzieher. Oha. Ja. Oha. Wir gehen trotzdem gute Runde. Wir gehen. Stark, stark. Gastgeber erwägt eine weitere Partie. Ja. Letzte Partie. Ja. Oh, so hype bist du da. Oh, jetzt. Warum nicht? Mach Fußball nicht ne tolle Idee. Fußball war ne tolle Idee. Fußball war ne tolle Idee. Super Idee. Oh, ich hab trotzdem Spaß. Oh, ich hoffe, ich hab mich nen Finger gebrochen. Ja, mein Finger tut grad richtig weh irgendwie. Ist nicht geil. Sportverletzungen. Tim, wenn du jetzt noch mal verlierst, wen tauscht du dann eigentlich aus? Mich. Ach so Kreise machen? Oh. Okay, ich glaub, der Finger ist noch dran. Der Finger ist noch dran. Ach so. Da war ein kurzer Schock gerade. War ein kurzer Schock. Jetzt waren wir zusammen. Ein guter Schuss. Oh, Hammer. Ich bin richtig scheiße in verteidigen. Okay, da bleib ich hier. Dann bleib ich hier. Dann bleib ich. Schön mal Luna. Nimm mal Luna. Kann mein Finger noch bewegen? Der sollte nicht gebrochen sein. Hoppla. Hi. Gibt es ein Zeichen dafür, dass der Finger gebrochen ist? Weg damit. Alter mal, du hoffe ich. Ja, wenn er so ein bisschen abgekackt ist. Oh, Junge. Da waren wir aber alle dran. Das ist passen und ZR hilfvoll, ne? Ja, passen ist doch. In den Lauf, Crunchy. Ja, ich bin sooos. Kick einfach Tim Horus. Ja, jetzt. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Dominant. Ich wollte das gegen Wande spielen. Tim Horus. Oh. Schön, Blast. Into a slight jog. Oh, ich hab' den Kling geschossen. Oh, ich hab' den Kling geschossen. Scheiße. Aber, von Crunchy mit diesen Anime-Tricks, da schießt einfach alles. Guck mal, sie schießt nochmal zurück. Oh, ich bin kacke. Ich hab' den Kling schossen. Das sind richtige Haiku. Haiku-Tricks sind das. Hätt' auch einfach selbst das Tor machen können, aber noch für den Disrespect. Bam. Nach vorne. Kommt nach vorne. Kommt nach vorne. Hier ist keiner. Ja, ich weiß, wenn ich das will. Dalu, spiel her, spiel her, Dalu. Mobile hinten. Ja, ja. Letzter Mann. Okay, genau. Schön weiter nach vorne. Konzentration. Wenn wir die einmal rüberkriegen, ist easy. Oh, no. Das ist schlecht, Leute. Scheiße. Okay, okay, okay. Alles gut. Hat den niemand? Mangum hat ihn. Mangum ist dran. Mangum spiel den zu machen. Ich hab' ich. Weiß nicht, ob das gut war. Okay, okay. Ich bin hinten da, du kannst das schön machen. Ja, okay. Ich hab' Ausdauer. Wird gepusht. Okay, okay. Ich hab' ausdauer. Wird gepusht. Okay, okay. Ich hab' ihn jetzt. Splitpusht. Splitpusht. Backdoor. Ich hab' ihn outplayed. Ich hab' Dalu outplayed. Man klippt, man klippt, man klippt. Nee, ne, wisch. Der muss nach vorne jetzt. Blask, schieß ihn, schieß ihn rein, schieß ihn rein. Er dribbelt. Er dribbelt. Richtig gut gespielt. Da muss ich luchten, glaub' ich. Komm, weiter, weiter, weiter. Da hab' ich mir gedacht, dass du das machen willst. So sehen bin ich drauf zugerannt. Warst du? Gute Technik. Nach vorne, rechts. Schön. Ja, hab' ich gern gemacht, Dalu, ja? Kommt nach rechts, komm nach rechts. Dalu, ja. Spiel nach vorne. Habt ihr den? Ja? Nein. Da kommt der. Kann ich verspritzen? Nein. Scheiße. Hä? Hier. Oh, überbande! Okay. Nein! Ah! Scheiße. Oh, was ein Stürmer-Team. Oh nein. Aber ich bin auf jeden Fall emotional sehr dabei. Same, same, same. Tim springt einfach nur hoch. Ich hatte keine Ausdauer mehr, leider. Wer ist hinten? Ich mach' ich. 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 Ich geh' mal nach vorne. Ich geh' doch nicht nach vorne. Okay, ich hab' Der hat. Schön hoch. Oh! Oh! Scheiße! Wir müssen jetzt! Jetzt! Fünf Sekunden! Mach' rein! Mach' rein! Mach' rein! Mach' rein! Team-Balancing kann ich nicht so. Das war doch, das war doch, das war doch. Das war doch, das war doch. Das war doch, das war doch. Oh no! Machen wir jetzt noch eine Runde oder nicht? Nee. Nee? Also, jetzt reicht's mir, aber ich mach' ich Workout echt. Ich find's auch enttäuschend. Ich find's auch enttäuschend. Das war super geil. Jede Woche zwei neue Sportarten? Ja! Ja! Die anderen können wir ja nicht zusammenspielen. Wahrscheinlich nicht zu acht spielen, ne? Oh Gott, ey. Das war sehr lustig. Danke, dass ihr alle dabei wart! Vielen Dank! Danke schön! Das war genial! Danke schön! Vielen, vielen Dank! Liebe an euch! Tschüss! Tschüss!